So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist wieder soweit ein kleines Unboxing für euch. Es nimmt langsam überhand. Ich gebe es zu, aber ich kann doch nichts dafür, wenn der Postmann zweimal klingelt. Und er hat zweimal geklingelt. Wir haben zwei Pakete für euch. Hi Schatz. Für euch vorbereitet. Hier immer so an der Nase so. Und dann guckt er wieder so. Wir haben zwei Pakete hier für euch vorbereitet. Ich habe jetzt immer noch drei Stück drüben liegen. Es war eben schon wieder jemand da. Aber das ist heute eine besondere Folge. Denn ich habe ja letztens, weil Genaya und Kesto was gewonnen haben, den beiden extra eine Flasche Bier geschickt. Habe das Paket noch aufgefüllt mit tollen anderen Sachen. Und jetzt hat Kesto genau diesen Karton, diese WrestleCrate UK Box, die ich ihm geschickt habe, diesen Karton zurückgeschickt, aber selber befüllt. Ich wusste nichts davon. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall etwas schwer. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erst mal das hier nehmen. Denn das ist von Genaya. Die hat ja schon im Stream öfters angekündigt und gesagt, von ihr kriege ich auch noch was. Das heißt, ich habe Kesto und Genaya was geschickt und habe von Kesto und Genaya jetzt was wiederbekommen. Und was da drin ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Bei Genaya habe ich so den leichten Verdacht, dass da irgendwie so Kölsch wieder mal drin sein könnte. Ich habe auch durchblicken lassen im letzten Stream, dass mein Biervorrat wieder leer ist. Also das Zuschauerbier, was mir immer geschickt wird, was ich Montagabend bei Chill mit Ramses im Livestream trinke. Ich trinke da ja immer zwei Flaschen oder zwei Dosen, je nachdem. Das ist erschöpft, da habe ich nichts mehr da. Ja, vielleicht hat sie deswegen jetzt wieder hier für Nachschub gesorgt. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Oder vielleicht ist es auch nur ein Karton voll mit Backsteinen. Ja, Adi, da muss ich mal deine Nase weg tun. Nicht, dass du das hier irgendwie... Oh! So, hinten die beiden müssen auf jeden Fall passen. Jetzt müssen wir das nur noch mal so rumdrehen. Dann müssen wir hier das hier vorne rausziehen. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen das nur hoch machen. Aber hier fehlt trotzdem. Ach, ist das ein Scheiß. Ich habe hier das vergessen. Das muss noch hier rüber. Das. So, jetzt aber. Füßchen. Füßchen. Bibi. Bibi. Leg dich doch wieder hin. Alles entspannt. Alles gut. Ich habe gar nichts gemacht. Adi und und. Zack. Guck dir das an. Was haben wir hier jetzt Feines? Wir haben einmal ein Fünferpack Milka-Schokolade. Kann ich verlosen. Fünf Leute können die gewinnen. Nein, wir haben auf jeden Fall ein Fünferpack Schokolade. Adi, du kannst nicht auf den Deckel. Da fällst du runter. Neusette ist das. Eine Neusette-Sorte. Dann haben wir hier einmal von Hutdeck Cabanos Chili. Also Chili Cabanossi von Hutdeck. Sehr schön. Da kann ich wieder Dosen abgeben. In den Rewe rein. Und kann mir dann einfach von dem Pfand einen Brötchen kaufen. Und kann zu diesem einen Brötchen gemütlich diese Cabanossi essen. Dann haben wir hier Hand-Cooked-Potato-Chips von Catlett-Chips Sweet Chili und Schuhcreme. So Cream. Das finde ich genial. Ich mag zwar keine dünnen Chips. Die müssen geriffelt sein oder Tortillas oder wie auch immer. Aber diese Sorte Sweet Chili und zusätzlich auch noch So Cream. Also Sour Cream. Also Schuhcreme. Deswegen glaube ich die zwei besten Sorten die es gibt. Ich habe schon immer gesagt meine Lieblingschips Sorte war damals immer von Lays Sensations Thai Sweet Chili und das sind auch Sweet Chili und wenn es mal nichts scharfes sein darf dann So Cream Sour Cream Das ist eine Kombination die ich so nicht kenne. Da bin ich gespannt wie die schmecken. Kann man ja zum zum Rest legen zu den Weihnachtsfilmen zu sonst was. Und dann ist wieder unser Sixpack am Start. Das ist irgendwie immer genau das gleiche. Gaffel Kölsch Das ist schon Das ist jetzt hier schon ein Stammkunde. Gaffel Kölsch Zwei Dosen Was darf nicht fehlen? Das Reisdorf Kölsch Zwei Dosen Auch immer mit dabei. Und was mir immer am besten gefällt Das Früh Kölsch In dieser Campino Dose Die hat einmal diese drei Dosen geschickt Jeweils zwei Dann hat sie nochmal diese drei Dosen geschickt Jeweils zwei Und jetzt schickt sie wieder genau diese drei Dosen jeweils zwei Das ist doch genial Ansonsten Ho 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 und so Ist hier noch eine Katte drin Dann ist hier wieder so Füllmaterial Da freut sich der Adi wieder Dann wollen wir noch die Katte aufmachen So Einmal hier Da ist ein Schlitten drauf Da sitzt gar keiner drin Der Schlitten der fährt einfach von alleine Das Rentier zieht ihn so durch die Gegend Hier habt ihr jetzt Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr Sieht nicht so kitschig aus wie sonst andere Katten Ist aber stylisch Die sieht auf jeden Fall fett aus Frohe Weihnachten Macht euch ein paar schöne und besinnliche Tage PS Schoki ist für Sandra Jetzt habe ich eine Stunde überlegt Aber ja die Schokolade Fünf Tafeln Schokolade für Sandra Grüße Jenna Da sind auch so viele versteckte Anspielungen drin Hier oben seht ihr zum Beispiel die Taube Wer in Whatsapp diesen Taubensmiley kennt das ist der Original der einfach hier oben auf der Katte ist und dieses Jenna Ja Jennifer Brun als Jenna Aber der das YouTube Männchen sagt immer nur Jenna 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 hier Jenna da Jenna bla 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 Ja deswegen einfach Gruß Jenna Also Ist eigentlich auch direkt darauf abgemünzt Finde ich auf jeden Fall cool Werde ich mir aufheben Ich wollte eh so eine Box anfertigen wo ich immer wenn mir jemand was schickt und da irgendwie eine Nachricht oder ein Brief oder ein Zettel dabei ist Manche schreiben ja kurz gekriegselt irgendeine Notiz irgendwo hin dass man sowas aufhebt und mal rein da kann man da immer reingucken in die Schatztruhe wer einem alles was geschickt hat wenn es einem schlecht geht sieht man daran immer dass dass man gar nicht so behindert ist ja wie man sich immer fühlt das lege ich jetzt aber zur Seite wir kommen direkt jetzt noch zum Kästor seiner Box die ja puh wie geht die jetzt wieder auf da habe ich ja schon ein Problem wenn ich die so original schicken jetzt ist das hier anders zu anders zugemacht eigentlich musst du dir nur aufklappen das heißt es muss es ist nur die falsche Seite ja ist das bekloppt du musst eigentlich hier das aufschlitzen ich hoffe ich bin richtig ich bin wahrscheinlich nicht richtig hä es ist doch auf dem Kopf es ist doch auf dem Kopf aber hier geht es doch gar nicht hoch du musst doch dieses Stück ich habe hier keinen Durchblick ich muss mal ach hier vorne hier vorne gehst du rein das ist das was hochgeklappt wird du musst also dich hier irgendwo am Rand am Rand am Rand durch kratzen am anderen Rand ja jetzt bist du in den Karton reingefallen Adi da konnte ich ja jetzt nur auch nichts dazu so jetzt jetzt haben wir es da jetzt können wir es aufmachen Adi ist in den Karton gefallen und versucht jetzt da das Zeug rauszubühlen Adi du hättest ja auch hier oben sein können dann hättest du mehr gesehen statt jetzt so einen Stress zu machen so wir machen das jetzt hier auf wir haben jetzt hier oh mein Gott wir haben jetzt hier ein Karton auch wieder voll mit bunten lustigen Sachen hier habt ihr gleich mal eine Kadde oder beziehungsweise ein Zettelchen dabei wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest lasst es euch schmecken ihr Lieben dein Kesto und Sublex Soul und die Wauzis Knutschi sowas kann man dann aufheben kann sich immer irgendwo in so eine Box reintun am besten so eine WrestleCrate UK Box weil die sind viel zu schade um die wegzuwerfen was mir direkt als erstes hier ins Auge sticht ist diese Faxedose 10% Faxe Bier wie kommt man auf die Idee mir ausgerechnet mir so eine Faxedose zu schicken sehe ich so dustig aus da reicht es ja wenn man eine im Stream trinkt am Montag anstatt dass man über zwei Bierchen trinkt dann haben wir hier einmal Felix Knabbermix man sieht nichts wegen dem Felix so Felix Knabbermix einmal hier mit Milch Milchmäulchen tun wir mal hier rüber dann aber noch mal Felix Knabbermix drei Käse hoch tun wir auch mal hier rüber wir haben Felix Knabber ne Felix Crispies mit Lachs und Forellengeschmack tun wir auch mal hier rüber dann haben wir hier Dreamies neu mit unwiderstehlichen Katzen Minse Geschmack also das ist wichtig wenn die Katze total high wird eigentlich du darfst das jetzt gar nicht hier so kaputt machen alles das traurig doch noch dann haben wir Katjes Wunderland sauer ohne tierische Gelatine das was für Pupsi weil ihr wisst sauer macht lustig vielleicht ist er dann nicht mehr so traurig und lacht auch mal dann haben wir Halorenkugeln Typ Vanillekipferl also passend zu Weihnachten das bestimmt auch gut wäre auch was für Pupsi und klassische Halorenkugeln ich bin ja nicht so der süße Typ aber ich Halorenkugeln finde ich gerade Classic ist ein Genuss schmeckt immer gibt glaube ich niemanden auf der Welt der sagt Halorenkugeln schmecken nicht oder dann habt ihr hier nochmal ein Kissen ich glaube das ist bestimmt auch ein Katzenkissen mit Katzenminze dran Adi riechst du schon was oder wie also ich sage wir dir das gleich nochmal austragen und wir haben hier ein Bier das wir versuchen mit einer Hand wir haben nämlich nur noch eine Hand hochzuheben und haben hier Thüringer Waldbräu Export ich glaube der Adi will gar nicht die Katzenminze der Adi will einfach alles Export Thüringer Waldbräu Original Thüringer Waldbräu Bier was ist das bitte für eine fette Flasche ich weiß weil ich die ganze Zeit den Adventskalender hatte mit 0,33 Liter Flaschen und jetzt hast du die wirkt die Flasche richtig brutal richtig groß richtig mächtig das ist doch aber auf jeden Fall ein cooles Etikett ich glaube das ist das beste Etikett aus dem Adventskalender obwohl es gar nicht aus dem Adventskalender ist so Adi die lege ich dir jetzt mal hier rein ansonsten wieder dieses tolle Füllmaterial jetzt wollen wir nochmal probieren was passiert wenn wir dieses Katzenkissen aufmachen lass mich mal schnüffeln jetzt auch mal schnüffeln wollen wir es mal rausziehen ja lasst du mich doch mal rausziehen Adi guck mal ein Katzenkissen Katzenkissen Adi dreht gleich durch der hat es dem reingebissen und wollte es durch die Gegend zerren ja du musst nimm es mal in den Mund ich komme doch da nicht hin oder Adi pass auf wir legen es mal in die Wanne hier kannst du in der Wanne rumhüpfen damit wissen die jetzt tu dir keinen Zwang an er spielt auf jeden Fall mit Fußball in der Wanne ok er macht oh oh da liegt er dort oh mein Gott das Kissen hat gewonnen ich glaube jetzt dreht er wirklich durch jetzt jetzt schlägt die Katzenminse zu seht ihr das wie er sich da dran wie er sich da dran reibt und wie er da rein und sich da rein kuschelt oh mein Gott gib mir so noch ein Kissen ja man egal ich glaube heute kannst du gut schlafen oder so wollt ihr den jetzt noch ein bisschen beobachten ich weiß es nicht ich glaube das war es gleich von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut Adi du verrenkst dich total dreht doch nicht so durch peace out vorhaut euer Ramses Bibi sorry ich glaube der Adi freut sich auf jeden Fall er fühlt sich wohl wie er sich da so dran rum reibt und dann so durchguckt so tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.